Herzlich willkommen zu meinem kleinen Infovideo. Ich spiele gerade die Minecraft 1.2.2, eben gerade erschienen und ja, naja, es ist eben gerade heute irgendwann. Ich bin hier so früh durch die Wüste gelaufen, habe meine neue Map angefangen einfach nochmal zu sehen, wie es so ist und bin darauf gestoßen. Und das Ganze sieht aus wie eine Brunnen. Es scheint jetzt also in der Wüste Brunnen zu geben oder so kleine Oasen. Finde ich ganz nett gemacht. Sieht auch ganz schön aus. Das Texture Pack ist jetzt das Misas. Nicht, dass euch wundert. Äh, was ist das denn? Das ist ja gar nicht Minecraft. Das ist ja voll hässlich. Nein, das ist das Misas Texture Pack. Ja, finde ich ganz nett hier. Ja, das war es auch schon. Nur mal die kleine Info am Rande. Es gibt jetzt Wüstenbrunnen in Minecraft.